Das Hotel Happy Days liegt in Malia in Kreta. Es liegen keine weiteren Empfehlungen für das Hotel vor. Das Hotel bekommt 2,4 von 6 Sonnen und scheint in vielen Bereichen Verbesserungspotenzial aufzuweisen. Die Bewertungen sind allerdings nicht aussagekräftig, da nur 5 Bewertungen vorliegen. Nun die Bewertungen im Detail, Lage und Umgebung. Die Lage des Hotels ist in den Augen der meisten Gäste zufriedenstellend. Es werden 3,7 von 6 Sonnen vergeben. Gastronomie Gastronomisch enttäuscht die Küche des Hotels. Die Gäste geben nur 2,5 von 6 Sonnen für die Küche. Service Für den Service vergeben die Gäste des Hotels 2,2 von 6 Sonnen. Hotel Allgemein Die Kategorie Hotel Allgemein umfasst die Sauberkeit und Zustand des Hotels. Hier scheint das Hotel die Erwartungen der Gäste nicht gerecht zu werden und erhält nur 2 von 6 Sonnen. Zimmer Die von den Gästen vergebenen 1,4 von 6 Sonnen für die Ausstattung der Zimmer bieten. Viel Raum für Verbesserungen. Sprechen Sie am besten mit Ihrem Reiseveranstalter oder rufen Sie direkt beim Hotel an, um nähere Informationen über das Hotel zu bekommen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020